Ich glaub ich troll den Typ nicht, ich werf da ganz viele Bärs hin. Werf der zurück? Ne, aber der wird schießen. Ey, jetzt bin ich in der Militärbasis. Ja. Zumindest sind da so zwei große Gebäude, was auch Militär aussieht. So runter, also so halb. Ja, halb runter. Ok, sind dort nämlich. War einen drin. Ähm, rechts oder links? Ähm, das hintere. Da rennen Zombies. Ich weiß nicht ob die jetzt direkt auf mich zurennen. Oh ja. Ich glaub das bist du damit. Ich guck dich grad an. Ja, hast du irgendwas zum Essen oder so? Kannst du mir irgendwas geben? Der Verbandzeug. Ich sterb gleich, ich sterb gleich. Ich hab dir mal einen Verbandzeug dahin geworfen. Hilfe hier! Ähm, hast du's grade nutzt? Ich hab's genau! Ja, du musst.. Ich bin tot. Ja, ich hab's gemerkt. Oh ja. Oh ja! In der Zeit, an du dich verbindest, darfst du dich nicht bewegen. Ja, ich bin ja extra weggegangen, was ich mich verbinden kann. Achso. Jetzt hab ich's billig gefunden und jetzt, oh man. Das scheiße ist, ich würd jetzt gern auf K gehen, aber das geht nicht. Sag mal, wie was mussten du auf K? Ja, geil. Ja, ne, mein Mann ist grad gekommen, deswegen. Schreib mir SMS. Ah, toll, was bringt SMS? Schreib halbarmig und oben, zock grad. Ich bin nicht oben, ich bin direkt unten. Achso. Oh, Matze. Dann sag ich halbarmig und direkt unten und zock grad. Ne, deswegen bin ich auch als AFK, weil der hier Prägergang ist. Okay, boah, ich lag. Ich muss mir einen bestimmten Ding kaufen, PC. Boah. Glaub ich. Ich bin Kamenka. Wo ist das? Das ist ganz weit im Westen. Also ganz weit weg. Ähm. Geht. Also ich hab in Kamenka gattet. Echt? Wo bin ich schon da gelaufen? Also wo bin ich? So dass es zurecht von mir war. Okay, gut. Boah, ich hab heute nix. Ach und da. Da ist glaub ich ne Straße. Kann das sein? Ja. Ey, das ist ja mal genial. Die Straße ist... Ich glaub auch irgend... Hä? 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 Erzähl. Was... Ne, was für ne Straße? Die Straße ist eh... Ah ne, das ist ein Schien. Ich bin zwei Zombies. Das ist auch cool. Billy... Ah, okay. Ja, okay, okay, okay. Ich lauf auf den Schien. Auf Schienen? Auf Schienen. Okay, ich guck in welchem Dorf ich bin. Oh Gott. Vielleicht sind wir sogar in der Nähe. Wo sehe ich das? Ähm, am Ortseingangsschild. Wo ist das? Am Ortseingang oder Ausgang? Wo ist der? Schon nicht in der Fahrschule. Tja, da hab ich geschlafen. Okay. Okay, ich bin in dem kleinen Dorf. Glaube ich. Billy, bist du auch in kleine Städtchen gekommen? Nachdem du immer weiter gelaufen bist? Ähm... Ja. Öfter mal. Ich bin Kamenka. Kamenka, ja. Ich kann nicht lesen wo ich bin. Warum? Das ist auf Russisch. Ja, jetzt schreibe ich es übersetzt. Äh... Das geht nicht, weil es russische Schrift ist. Weisch. 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 Kench. Ey, warum gibt's hier nicht wie bei WoW so ein Folgen... oder so ein Button zum draufdrücken, wo er dann ganze Zeit rennt? Ich... ich hab Fernglas. Geil. Nice. Das ist ziemlich geil. Ich hab keine Waffe, was soll ich machen? So, jetzt soll der Typ nochmal herkommen mit seinem AMG. Ich hab ne Axt. Ja. Ja. Das ist meine Axt. Ja. Das macht's noch viel besser. Ich hab Dommys Axt. Hehehe. 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 Das ist so, weiß ich sowas. Hier ist ein Zelt. Neun. Ich hab Urlaub. Ja, ja. Ja. Ein Zelt kann Stink verstecken. Sachen. Ich will mir nicht verstecken. Ich hab's kein Glaube. Okay. Ich glaub dir sogar wie so ein Speicherpunkt, aber ich weiß es nicht. Ja. 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 Na ja. Ist doch gut. War ich dann gut? Ich hab ne Ahnung. Ist halt gut. Aber die Zombies sind dummi, die können über keine Zeile springen. Ja, die rennen aber außenrum. Ja, wunderbar. Bis sie außenrum gerannt sind, bin ich dann über den Zaun gejumpt. Kapierst? Ja, bestimmt. Das ist Taktik, mein Freund. Taktik. Und gleich steht dran Domi ist da halt. Ne, er war's killed. Ja. Oder war's killed. Domi wurde getötet. Alles gleiche. Ja, genau so. Es liegt jetzt voll, dass er die ganze Zeit stirbt, der Wank heißt. Ist voll der Noob. Ja. Oder Daniel ist auch zwei, dreimal hintereinander. Warte. Ja, Daniel. Scheiße. Das ist ein Wut. Oh Mann. Mein Typ hat Durst. Ja, meine auch. Und Hunger. Das ist aber nicht so arg. Ja, Durst ist ziemlich weit unten. Okay. Jetzt chill dich, wenn ich irgendwie was finden würde. Außer leere Dosen. Außer leere Dosen. Oh ja. Autoweifen, Metallteile. Kann man alles trinken. Jep. Ja. Autoöl, Benzin. Hau dir alles rein. Ah jo. Kühlflüssigkeit. Das gibt's nicht in daisy. Oh. Oh. Oh, da liegt ne Axt. Oh, ich will auch ne Axt. Schade. Oh. Nein, doch nicht. Schade. Hey, da ist ein Auto. Lol. Oh, da ist jemand drin. Ich kann's nicht erkennen, aber... Ah, das ist ein kaputtes Auto. Alter. Da ist aber ein Toter. Da ist ein Toter. Ich bin glaube in einem Gefängnis irgendwie oder so. Auf jeden Fall sieht's ziemlich verschickt aus. Da fehlt jetzt bloß auch Arbeit macht frei drüber. Alter, ohne was das sieht so aus. Der Mathe ist ein ganz schlimmer. Ja, Skinhead ne. Extreme. 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 Damn the door. Oh ja. Oh Gott. Hier sieht's echt übel aus hier. Ich hab ne Schrot. Das war ein Fail. Ich hab aus Versehen geschossen. Oh Mann. Oh ja. Ich hab ja schon die Zombies. Ich hab ja schon die Zombies. Ich hab ja schon die Zombies damit schlagen. Sehr oft. Ich hab was zu trinken. Oh, ich hab was. Ne Pepsi. Trinkt mir wenig Matze. Ja, ich weiß. Und ein Jagdmesser. Da crawlt einer. Ich weiß nicht ob der mich nicht sieht oder ob der mich nicht sehen will. Warte, hilf mir. Ich glaub. Ja, ich komm. Warte. Bleib stehen und wart auf mich. Okay. Egal was passiert. Ne. Es gibt keine kriechenden Zombies, oder? Doch. Doch. Auch. Ähm. So liegende Zombies gibt's auch. Okay. Dann war das grad liegende Zombie. Hab ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber ich? Ja. Laufen die alle in meine Richtung. Die Shotgun ist ziemlich fail. Wenn ich einen Schuss damit mach, kommen alle Zombies, egal wo, einfach zu mir. Das ist natürlich richtig cool. Ja. Hat richtig cool. Ja. Der ist voll YOLO, Mann. Voll YOLO. Aber ein YOLO. Was? 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 Oh, ich bin voll. Juhu lag. Oh, ich hab mir ein Field. Nice. Ja. Mit drei Magazinen. Richtig geil. Hä? Ich steh auf. Ich geh wieder hin. Alter. Matze? Hä? Ich steil mich hin. Ja. Lauf los und er legt sich wieder. Ah, ich hab meinen Fuß gebrochen. Ja. Was jetzt? Ähm, du brauchst Morphium oder du lässt dich umziehen? Morphium bekommst du nur in Krankenhäusern. Ist ziemlich selten. Ordentlich nur in Krankenhäusern, aber fast ausschließlich. Hat man das am Anfang nicht? Nee. Fail. Ja, super. Was soll ich jetzt machen? Sich töten lassen oder so? Oder du packst deine Sachen zusammen und kommst zu mir. Ja, ich krieg was. Und du hopfst. Matze? Du packst ihm einfach ganz lieb. Sollte sofort aufstehen. Ja. Leute, ich hab nen Ding Lager gefunden. Armeelager. Innerstaat. Drin. Hat einer. Wie nice. Alter Leute, wir haben ein richtiges Lager hier. Nice. Ein Auto wär jetzt nicht schlecht. Ja, ja. Ich denk das werden wir dann auch irgendwann mal finden, ne? Ja, irgendwann. Hätte ich so lange überlebt. Ja. Über hat nämlich ziemlich Durst. Ich weiß nicht, ob man davon sterben kann. Wenn man durchsteht. Okay, lol. Hier liegen... Ein Zombie? Ne, doch nicht. Doch. MG-Magazine. Hallo, warum sterbe ich nicht? Du hast ne Buschmaschine. Braucht jemand eine? Ich brauch zwei. Ja, ja. Okay, dann komm doch einfach zu mir. Ich komm schon. Ey, da ist wirklich ein Auto. Da ist so ein komischer Jeep. Kann ich da jetzt... Kann ich da mit dem gebrochenen Bein rein oder so? Musch gucken. Was? Monkey-Monitor. Habt ihr das auch grad bekommen? Ja, ich hab's immer noch. Lol. Ich hab 18 FPS. Oh ja. Ich hab sechs Zombies gekillt. Oh ja. Ich hab sieben FPS. Ich hab 18. Oh, das wird mir jetzt angezeigt. Crackstriker. Monkey-Anti-Hex. Lol. Okay, nice. Ich hab schon... Ich hab schon einen Zombie mit einem Hedgehog gekillt. Yeah. Ich hab noch gar keinen Killed. Wow. Da ist ja einer drin. Ich hab jemanden mit dran gegeben. Ja nicht in derstone. footwork,